Hallöchen! So, der Linus wird hier langsam mobiler, er nimmt schon ein bisschen was auseinander und deswegen gibt es heute drei Tipps für das Zusammenleben mit Hund und Kind, wenn das Baby mobiler wird, damit es einfach weiter entspannt bleibt. Also, Tipp Nummer 1, deponiert euch in allen Räumen, wo das Kind sich auf dem Boden aufhält, leckerlis. Ganz, ganz wichtig, damit ihr einfach gutes Verhalten eurer Hunde überall und möglichst schnell belohnen könnt. Tipp Nummer 2, belohnt es, wenn eure Hunde sich abwenden, wenn sie von alleine weggehen, wenn sie sich zurückziehen oder aber belohnt es auch, und das ist ja auch schon vorgekommen, dass ich mal nicht ganz aufgepasst habe und Linus hat irgendwie eine Pfote gegriffen oder so und der Hund hat stillgehalten, belohnt das ganz, ganz, ganz hochwertig und dann sorgt dafür, dass ihr das vorsichtig löst. Tipp Nummer 3, macht einen Rückzugsort für eure Hunde kindersicher, zum Beispiel höher oder mit einem Welpengitter drum.